Hallo, ich bin Samuel und das ist mein erster Vlog. Weiß jetzt nicht, ob ich froh sein soll, aber naja, also heute geht es nach Brasilien. Spaß. Also mein Koffer ist eigentlich auch schon fast alles fertig. Hier ist noch mein Rucksack und ganz andere Zeug. Ich filme das Ganze mit der Kamera, also erwartet nicht eine hochaufließende Qualität. So, Rucksack fertig. Wo ist das? Ja, ich bin sehr professionell im Zeug. Ich bin sehr professionell im Zeug. Seit wann gibt es überhaupt Musik auf der Toilette? Das ist ein bisschen komisch. Ist es normal, dass da Musik auf der Toilette ist? Ich glaube nicht. Das ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen komisch. Wir sind schon im Flughafen. Wir müssen jetzt noch 3 Stunden warten. Das ist mein Freund. Hallo! Hallo! In ungefähr 20 Minuten kommt unser Flugzeug weg. Und ich glaube mal, dass dieses Flugzeug da ist. Sieht irgendwie sehr groß aus. 20 Minuten später. Wir fliegen gleich. Ja, wir fliegen gleich Leute. Und das sieht so aus, dass wir jetzt bis zum Baulo fliegen. Ja, es wird sehr gut gehen. Wirklich? Ich bin mir fast sicher. Guck mal, hier sind Kopfhörer. Wirklich? Oh, wie denn? Ich habe bessere Kopfhörer. Na wo ist dann? Wo kann man das da anstreben? Da unten, glaube ich. Kann man sogar Handy aufladen? Ich glaube, man kann sogar Handy aufladen. Guck mal. Zum USB Anschluss. Und das geht so aus. Ja, ist das so die Gugane. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017